60 sekunden verdammt knapp also ich bin hier so die mauer lang habe diesen wachtturm entdeckt ein stückchen weiter liegen da hinten metallreste habe ich mir die mal genauer angeguckt Taschenmante zücken erst bin ich hier so rum gegangen und dann dachte ich mir woher kennst du doch die Formen woher kennst du diese Formen und da haben wir die Skischarte die lege schnell rum reingeleuchtet und da ist das Ding. Jut kommt noch in zweit das Video